hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play okay halt halt was zum teufel war das heute spielen wir mal eine runde minecraft und ja ich dachte mir dass mein channel jetzt mal ein bisschen mehr videos kriegt ja leute und damit herzlich willkommen ja zu meinem ersten video auf meinem kanal dass ich hier hochgeladen habe bzw selber gemacht und hochgeladen habe ja leute was soll ich sagen ihr seht ja selbst ja super ich war absoluter profi ich würde sagen bevor ich jetzt viel dazu quatsche ich würde sagen lehnt euch zurück es ist auf jeden fall mir sehr sehr peinlich also man war ja da noch ziemlich ja unwissend über die ganzen tricks und tipps die man so einhalten sollte und ja deswegen würde ich sagen schaut einfach mal ein kleines stückchen weiter ich gebe ab und zu mal meinen senf dazu und ja ich würde sagen dranbleiben lohnt sich und ja schauen wir mal weiter probieren wir einfach mal ein projekt aus ich habe jetzt hier schon ein paar welten aber ich würde sagen wir fangen einfach mal eine neue an ich hoffe von der lautstärke her geht das wenn ich dann muss ich das noch mal optimieren das müssen wir dann sehen naja dann mache ich schon ein auf klug scheiße und tun natürlich so als könnte ich die sounds optimal optimieren also ich hatte ja damals sowieso noch so ein bisschen andere stimme und ja ihr hört schon und ihr seht es natürlich auch so unprofessionell die ersten drei oder vier folgen habe ich mit dem handy aufgenommen das waren wirklich sehr unprofessionell und dann habe ich natürlich gesagt hier kann ich die sounds optimieren also wie so ein absoluter voll profi ja gleich noch mit am anfang ich war auf jeden fall sehr aufgeregt also nicht wundern falls da das ein oder andere mal gestartet wird ich war sehr aufgeregt erstes video und so ja schauen wir mal weiter so dann nennen wir die jetzt einfach mal okay gut dann spielmodus überleben wir spielen auf ja auf normal texture pack brauchen wir nicht sieht ja alles klar meine aufregung habe ich anstatt kenny einfach mal ken x eingegeben ja also wie gesagt ich war halt ziemlich aufgeregt deswegen ja verzeiht mir auch diesen fehler ich habe es auch im nachhinein erst gesehen und ja nur mal so eine kleine info von mir also wie gesagt ich war mega aufgeregt das problem bei mir ist ich habe noch kein richtiges aufnahmeprogramm um auf meinem handy oder auf dem computer aufzunehmen und ja das ist das problem deswegen muss ich jetzt hier mit dem handy irgendwie versuchen aufzunehmen und wer seine wasser gespawnt okay dann wollen wir nochmal ja da haben wir die bonus also ihr hört schon ich habe auf jeden fall den sound sozusagen über den fernseher wiedergegeben und das klingt natürlich alles richtig scheiße im nachhinein war es echt richtig unprovisionell aber ich hab halt damals eines abends einfach mal bock gehabt und er hat mich vor meine ps4 gesetzt sondern einfach mal losgelegt und ja deswegen klingt das auch vom sound her richtig scheiße ja sehen wir mal weiter was denn ja noch so zum vorschein kommen wird ähm da nehmen wir das mal wir nehmen uns erstmal alles raus so dann nehmen wir uns das raus und ich würde sagen wir nehmen die Truhe aber auch gleich mit die fackeln natürlich auch gut ähm ok gut da würde ich sagen was macht man als erstes in minecraft natürlich baut man holz ab ähm das machen wir an dieser stelle sei gesagt würde ich einen counter einbauen in das video der zählt wie oft ich m sage um irgendwelche unangenehmen sprachpausen zu überbrücken dann wäre das auf jeden fall denke ich mal ein bisschen zu machen und dann wäre das nicht so gut fast schon eine dreistellige zahl also so oft wie ich in diesem video m sage also das passiert mir jetzt auch ab und zu nochmal aber damals war es halt natürlich extrem weil man das flüssige und also das flüssige reden noch nicht gewohnt war beziehungsweise man wusste einfach gar nicht was man alles zu sagen soll deswegen ging es um einfach das ganze zu überbrücken also ich habe das in meinem normalen sprachgebrauch sowieso drin also ich sage das m normalerweise schon aber nicht unbedingt um zeit zu schinden oder so aber dort war es halt wirklich um zeit zu schinden und um zu überlegen was man denn so sorgen könnte jetzt auch gleich mal nur als information ich spiele minecraft auf der playstation 4 und ja also ich habe es auch auf dem computer aber wie gesagt da ist das problem mit dem aufnehmen und ja aber da kommen wir nicht mehr ran und ja also ich muss mal sehen ob ich mir da also ich brauche sowieso einen neuen pc und entweder ich kaufe mir da einen neuen pc oder mal sehen ob ich das sein krieg ich finde eigentlich an sich das spiel auf der ps4 ganz gut das einzigste also ich habe das jetzt auch schon eine weile gespielt das einzigste was ich ein bisschen blöd finde ist dass man nicht sprinten kann dazu sei gesagt im nachhinein habe ich es natürlich noch rausgefunden beziehungsweise mehr zu nehmen hat in die kommentare geschrieben also hat sich das natürlich auch erledigt gehabt also war das spiel rundum eigentlich ganz gut soweit ne also man konnte sprinten und alles war schön also man kann ganz normal laufen aber man kann halt nicht sprinten und das finde ich eigentlich sehr schade weil gerade über größere distanzen hin ist es schon wichtig dass man sprinten kann das crafting system ist ja etwas anders als auf dem pc also das ist hier die übersicht und da muss man immer gucken was man braucht ich brauche zum beispiel da muss man dann immer gucken so zack und dann bauen wir uns als erstes eine spitzhacke gut ich bin auch ziemlich doof ich sehe gerade wir hatten schon zwei stellen spitzhacke das habe ich nicht gesehen Moment ah ok da brauchen wir die schon gar nicht mehr zack ja leute und dann war es das auch schon mit dem video da ist dann irgendwie mein handy abgekackt oder irgendwas war mit der aufnahme beziehungsweise mit dem video und ja das war es eigentlich schon von dem ersten part natürlich gab es dann auch den zweiten und dritten der mit dem handy aufgenommen wurde weil das wie gesagt alles so eine 0815 Sache war also ich habe das aufgenommen und dann direkt hochgeladen ohne daran das geringste zu bearbeiten natürlich habe ich einen titel eingegeben aber das war es auch schon und ja ja ich hoffe ihr hattet jetzt mal so einen kleinen einblick wie denn das erste video von mir war ich wollte euch das einfach mal zeigen weil ich denke mal viele kannten das video noch nicht beziehungsweise ja habe ich jetzt meine meinung nochmal mit dazu gesagt und das ist denke ich mal auch ganz cool und ja in diesem sinne würde ich sagen schreibt mir gerne kommentare unter das video jetzt wie ihr das denn hier so findet die erste folge sozusagen und ja also über kommentare würde ich mich natürlich freuen über eine bewertung freue ich mich natürlich auch immer den kanal könnt ihr außerdem kostenlos abonnieren um nichts mehr zu verpassen das war es von mir soweit haut rein leute bis zum nächsten mal und damit sage ich ciao roh 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 oss